nochmal versuch jetzt mit dem reform mehr einhalten die dschungel die hier nicht dabei ist quarantine downfall bazaar cargo subway suburbia tanker so hoch ja Oh Ich bin soweit Puh Oh Ja, guter Start Da hinten Waren auch noch welche Das ist alles so matschig, ne? Ja, gut, muss der halt auch wahrscheinlich Weil ich bin halt wahrscheinlich So, Neo, jetzt pass mal auf Das reicht's nicht Oh Uh, pitch Oh Tyronimo Ja Was war das? Hast du das Geräusch gehört? Ja Hast du die Kettensäge angemacht, oder? Oh Die haben dich Ich hab mich mitgekriegt Oh, oh, ich hör wen Was? Von wo? Was? Hä? Oh, oh, ich hör wen Berühmte letzte Worte Ich hab aber niemanden gesehen Ich weiß auch nicht Auch danach nicht Ich weiß nicht, was da los ist Ich glaub, die schießen unten durch Wir müssen noch mal eine Standardkarte Irgendwas, was wir gut kennen Ausprobieren Oh, weg hier Schatzkiste Laken Uh, Steckbriefe Hanna, Blackbeard, Billy, Petra und Skalban Oh Oh Oh, der Sorry Ach, nö Ach, nö Entschuldigung Da bleibt dir nur eins, was ich jetzt tun kann Ah, der trifft besser Ja, Entschuldigung Ja, Moment Ja, Moment Es gibt doch eine Höhle hier vorne Ah, Moment Oh 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 Oh, Schmetterlinge. Hier ist die Böhle. Gucken wir da rein. Oh, klar. Oh, da ist ein Piratenschiff. Also, ein großes Segelschiff. Noch eins. Sieht nach Sackgasse aus oder kommt man dann noch weiter lang? Okay, dann untenrum. Noch ein Scherz. Das Wasser. Das ist keine Wassertextur, oder? Das ist einfach nur hier der Landwirtschwert. Alle auf Grund gelaufen. Mal eben gucken, aber irgendwas möchte ich da gerade. Ach. Ne Ladekabel. Ach. Ne Ladekabel. Ach. So. Oh. Ne Hi. Ob der wiederkommt? Also, ab hier sollte eigentlich das Wasser ja anfangen, ne? Man sieht hier so eine ganz leichte Transparenz. Ja, doch. An dir kann man das besser sehen. Ja. Ja, da ist was. Nicht nur die Textur. Kommt der Hai wieder? Hoffe. Fisch mal ne Leuchtkugel, vielleicht kommt der dann. Habe ich nicht mehr. Bin jetzt mit ner Five Seven unterwegs. Uh. Er kommt da, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh ja, komm, komm da weg. Komm da weg. Ich mach Dynamitfischen. Und? Ja. Ja. Und? Ja. Ah. Ah. Ne Messer hier liegen fallen lassen. Ah. gut kein dynamit fischen vergleich zu vorhin erstaunlich wenig gegner einstellung zurückgesetzt auf vier ich höre ja auch weh'n diesmal hab ich dich auch nicht direkt erschossen ich höre was hinter uns war was das Sie ganatisieren sich aber gerade selbst. Das ist ein Gegner. Ich habe wieder ein Flashbang bereit. Wo sind die? Äh, tot gerade. Sind hier welche auf dem Dach? Ist eigentlich zwischenzeitlich irgendwas spannendes passiert? Und wir haben versucht, wir haben mit Dynamitfischen versucht aber erfolglos. Wir wollten ein Hai. Äh, ich weiß nicht ob ich folgen kann. Wir haben mit vier versucht ein Hai zu erlegen. Wo? Wie? Wann? Vor drei Minuten? Oder vier? Ah, hier sind wir gestartet. Das sind die Schmetterlinge vom Anfang. Und die Höhle. Ja. Ich glaube, der Gegner hat vorne einfach so reißen. Mhm. Boah, das warst du wieder. Ähm. Ähm. Danke. Was war das? Äh, vielleicht verblutet? Das war wer? Ja. Daaaach! Oh. am strand sind wir sind am strand da wo wir von den high gesehen hatten bugshot war nicht so eine gute idee auf die entfernung die gehen jetzt zu dem tor wo wir reingegangen sind wo der high war von draußen und der high kommt auch sind jetzt bei mir bei den kanonen auf der stadtmauer ja stehen auf der treppe drinnen auf der treppe die zu mir hoch geht ich glaub wenn du links rum kommst auf der treppe müsste das von dir sein ich deine schritte richtig zuordnen ja schon wieder danke erneut bitte noch drei da kommt der high ja 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 Nein, ich messe meine Sachen alle weg. Ich habe wieder zwei da an dem Strand jetzt, ah das ist der Hai, wird vom Hai gefressen. Accidents happen. Ja, ich meine Sachen alle weg. Ja, ich meine Sachen alle weg. Warum kippt die Ansicht? Einen Typ noch. Ich sehe ihn nicht. Ob der in irgendeinem Haus feststeckt? Äh Freshman? Ja? Sag Neo doch mal, ich habe mich vom Hai fressen lassen. Ich habe mir gedacht, dass der drin sein muss, aber ich den nicht gesehen habe. Entmuten nicht vergessen. Gut, das Menü ist ja auch hier schön verliebt. Nice.